Es folgt sofort der erste gewertete Sprung. Die beiden verzichten auf den Trainingssprung. Der erste gewertete Sprung hier. Erster Sprung von mir, drei Meter dreißig. Drei Meter und dreißig, der erste gewertete Sprung von mir. And now it's your turn for the second. Vote the jump. You can. Schauen wir uns den Sprung noch an, dann zu mir.